Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Dunkelflamme, Wut des Weltenfechers. Die bekommt ihr automatisch, sobald ihr die 4Quest abgeschlossen habt. Und zwar die 4Quest war im Endkampf in Steinwacht. Das ganze im Wutkammgebirge. Und ihr seht, der Kampf geht direkt los. Dunkelflamme bezwungen. Das ist diese Wache hier. Also, Vorsicht, wenn ihr die 4Quest abgibt, geht es gleich weiter. Solltet ihr die 4Quest bei diesem Endkampf abgeben, in diesem Lager hier, könnte es sein, dass ihr hier hinlaufen müsst. Warte jetzt ab. Na, was ist jetzt? Er hat ein Leben. Dunkelflamme bezwungen. Jetzt hat es gezählt. Nun ist die Quest auch bereit zur Abgabe. Ich bin aber immer noch im Kampf. Jetzt. Jetzt. Sehr schön. Ich dachte, ich werde sterben, weil die NPCs einfach losgelegt haben. Aber hat alles funktioniert. Zumindest als Jäger. Wie gesagt, Kataklassik, falls es irgendwann mal erscheint. Aufpassen. Und da bin ich auch schon. Fest ist abzugeben, bei Oberst Trottmann. Im Wutkammgebirge. An dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht schaut ihr auch da vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.